Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Battlefield 4! So, wir sind mal hier. Ich muss jetzt mal gucken. Ich glaube, ich versuche mich mal als Sturmsoldat und spawn mal hier bei meinem Kollegen. Sie werden da schon mal ausgeschießen. Da ist die Wege. Sie scheinen ein feindlicher Soldat zu sein. Östlich deiner Position! Er ist tot? Wo ist er jetzt? Hä? Aha, okay, von da. So, wo sind sie? Alter, what the fuck? Mit einer Kampfdrohne? Ich wurde mit einer Kampfdrohne erschossen. Boah, wie viel sind denn da? Da sind sechs Gegner. Sieben. Alter, der Heli schießt von oben, ist klar. Wow! Was ist da los? Wie war das? Der RPG? Ne, der Igla ist schießt geradeaus? Die kommen aber gerade angestürmt hier mit allem Mann. Fuck. Äh, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich werde eh sterben. Mein Fahrzeug muss repariert werden! Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Alter, von wo schießen die denn schon wieder? Warum schießen die denn schon wieder? Warum schießen die denn schon wieder einen Panzer? Alter, f*** dich. Ich nehme jetzt nicht den Pionier und schieße die scheiße Panzer ab. Was habe ich denn jetzt schon? 0 zu 5, yeah. Pionier, ich will kein Stinger, ich will den... Wie heißt das Ding? MBT-Law? Zack. Ja, super. Ich glaube nicht, dass Oskar rüberkommt, wenn wir gerade verlieren. Da scheint ein feindlicher Panzerwagen zu sein. Nörd nicht in der Position. Hey, du zähl! Oskar ist ganz ruhig. Hm. Nee. Das ist aussichtslos. Alter, von wo? Tschüss dich, Junge. Tschüss dich, Alter. Alter, von wo schießen die denn? Ich höre dich von dir scheinen feindlicher Panzerwagen. Ja! Mit der Sniper. Aus 10 Metern. Ist klar, Junge. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Einsatz Ziel Echo wurde gerade neutralisiert. Wir haben Einsatz Ziel Echo. Wir haben Einsatz Ziel Echo. Jetzt darf doch die Panzer schießen immer. Guck, mich auch schon wieder. Ach ne, da steht er. Die schießen immer durch Wände und so. Kannst du mich retten? Vielleicht kann ich hier wieder spawnen. Nein. Lebst du noch? Nee. Ich schicke gerade auch nicht, wo die Gegner überall rumrennen wollen. War er gar nicht so geil, ne? Soll ich mal zu dir kommen? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin und wo ich hin muss. Hier ist eine kaputte Brücke. Da komm ich. Ja, ist klar. Kannst nicht mal mehr über die Brücke rennen, die ist im Arsch. Ich habe ein feindliches Flugzeug südlich deiner Position gesichtet. Achtung. Einsatz zu Bravo wurde neutralisiert. Ich habe einen feindlichen Panzerjäger östlich von dir gesichtet. Achtung. Einsatz Ziel Bravo wurde erobert. Ach. Deine Lägelung ist das schon, ja. Einsatz Ziel Echo wurde neutralisiert. Das ist dein Ziel, zu attacken. Und attacken, warum? Das ist dein Ziel, zu attacken. 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 Ich weiß zwar nicht, was ich hier mache. Ich laufe einfach von einem Spawnpunkt zum anderen, aber... Entweder sterbe ich, weil 50 Gegner von mir sind, oder ich bin kein Einzelner da. Ich habe sich kompanzern und feindlichen Scharfschützen. Züglich von dir. Da sind wieder Panzer von links. Das heißt, sie übernehmen die er mir? Ich habe keine Ahnung. Da sind wieder Panzer von links. Das heißt, sie übernehmen die er mir? Ich habe keine Ahnung. Bäm. Das funktioniert. Nur noch Gegner, ich sehe keinen. Oh, was? Da schießt was auf mich? Da oben auf den Berg. Oh Gott, Alter. Finde Sniper. Alter, klappt's noch. Boah. Das ist, ob ich zu runtergeflossen habe. Da ist noch auf den Ropraum. Ja, oder? Ich weiß nicht, wir sind nicht mit dem Ropraum. Ich habe noch einen Ropraum. ich mache jetzt den da ich jetzt noch wüsste wo die waren ich glaube ich weiß wo sie waren nein 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 wir haben gerade einsatzstil bravo verloren kommt hier zur Seite zeig euch keine Ahnung wir sind schon wieder tot jetzt habe ich gedacht ich bin nicht schlau jetzt sind die anderen wieder dahin gerannt wir haben alles ausgeschlossen ach das ist doch affig oh warte ich habe was mit mir macht die wir zu uns ich kapier das nicht oh nein 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 jetzt bin ich natürlich kein Pionier mehr abn maaann f*** dich du schriss toll ey schmeißt dir die granate selbst in die fressen die die hat ach mann Typ, ey, echt. Hä? Der hat sich doch gerade erschossen. Wie kann der mich jetzt erschießen? Wieso spawnen da drei Leute? Voll unfair. Fail new gamer. Der cheatet doch, Alter. Sturmsoldat, zack. Ich hab einen feindlichen MG-Schützen genau erst durch deine aktuellen Position gesichtet. Ja, genau. Ich drehe mich zu dem um und bin tot, bevor ich überhaupt... Ey, das ist so lachhaft. Lass gleich mal einen anderen Server nehmen. Die cheaten hier alle. Das ist doch lächerlich. Das macht keinen Bock. Wenn ich gegen Cheetah spielen will, spiele ich Counter-Strike. Alter, ich anfänglich noch voller durch. Was schießt du da, Junge? Hier sind aber gar keine Geeper, Mann. Und das ist die linke Sache. Ich fänglich noch kreischt. Ich fänglich noch einen ganzen duchten Einsatz. Ich fange in mir. 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 jawohl, ja wo ist der hin? ist der tot? da war noch einer rechts irgendwo das war ja ausgestiegen ja, aber ich hab den ja auch gesehen, der ausgestiegen ist wir haben die Kontrolle über einsatzziel bravo verloren ich bin natürlich jetzt immer kein dem ausgestiegen jetzt wo ich wieder Pionier sein musste das ist zu behindert, dass man nicht alle Waffen hat irgendwie alter, was ist explodiert hier? da ist was, da ist was da ist was da ist ein feislicher Panzerwagen nördlich von dir ha ha tot Junge, hast gedacht, wa? oh, so spät einsatzziel bravo wurde neutralisiert ich hab den feindlichen Helikopter genau östlich von dir gesichtet ich hab den feindlichen Helikopter genau östlich von dir gesichtet ich hab den feindlichen Helikopter genau östlich von dir gesichtet äh oh einsatzziel bravo, jetzt stirb doch nein du fatze, mann was ist das für ein scheiß einsatzziel tax ravir ach sch tg 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 oh ja genau Wo ist denn jetzt hin? Ja, warte, warte. Hä, was ist denn das jetzt wieder? Der Typ steht sonst wo und ich bin tot. Ist doch lachhaft. Ja, genau, ich spawn und werde instant erschossen. Was ist das für eine Scheiße? Ist doch lächerlich. Ich glaube, wir verlieren gerade, oder? Festlich deiner aktuellen Position ist ein feindlicher MG-Schütze. Ist überwärts. Wir haben die Kontrolle über Eintergrund des Hektens. Das scheint ein feindlicher Panther zu sein. Öffentlich deiner Position. Einsatz Ziel Delta wurde neutralisiert. Oh wow, ich habe einen Kill gemacht. Ich glaube es ja gar nicht. Oh wow, ich habe noch einen Kill gemacht. Was ist denn jetzt los? Jetzt auf den letzten Metern nochmal drei Kills, oder was? Wow. Boah, was eine beschissene Map, ey. Die letzte Mal schon war ich so scheiße auf der Map. Der Panzer. Ich bin mal auf meine Stats gespannt. Habe ich wenigstens ein paar Punkte gekriegt? Wow. 2500. 2477 Punkte, wow. 4 zu 15. Schlecht. Eine KD von 0,25. Aber der mit 8 zu 21 tröstet mich ein wenig. Na gut, das war die erste Folge. Wie lange liegen die eigentlich? Na 17 Minuten, das kann man ja anbieten. Auch wenn die Qualität nicht besonders hochwertig war. Wir sehen uns wieder auf der nächsten Map in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.